Das neuste Mitglied aus der QuietComfort-Familie, der Bose QC25. Der ideale Kopfhörer, wenn es rundherum richtig laut ist. Schon sein Vorgänger, der QC15, hat sich als Begleiter in Zug und Flugzeug etabliert. Dank Noise Cancelling ist praktisch kein Umgebungslärm mehr zu hören. Hoche Frequenzen können aber nur schwer unschädlich gemacht werden. Der neue QC25 hat einige Neuerungen und ein verbessertes Noise Cancelling. Das Audiokabel kommt mit integriertem Freisprechmikrofon und das ganze Kabel ist abnehmbar. Der Klang ist warm und die Wiedergabe natürlich. Mit diesem Gerät kann man lang und ohne Ermüdung Musik hören. Das Material besteht aus Metall und Kunststoff, ist gut verarbeitet und die Bügel sitzen bei den meisten sehr gut. Mit Climeas 200g Gewicht gehört der QuietComfort 25 zu den leichteren Modellen mit Noise Cancelling. Die Elektronik braucht wie beim Vorgänger eine Batterie. Mit dieser arbeitet der QC25 bis zu 30 Stunden Wiedergabe. Ohne Batterie funktioniert der QuietComfort wie einen herkömmlichen Kopfhörer. Allerdings verändert sich beim Passivbetrieb auch die Audio-Karakteristik. Der Kopfhörer bietet gute Klangqualität, ist komfortabel zum Tragen und hat ein sehr gutes Noise Cancelling. Der Preis ist relativ hoch, aber der QuietComfort 25 gehört im Bereich der Noise Cancelling Kopfhörer zu den besten Produkten. Alle cuenta die www.lberach-inselt-filmpcom.de Vielen Dank.